zusammen gut hallo und herzlich willkommen zum neuen video von mir mich ja tronix ich bin auf einmal viel hübscher geworden heute bin ich mal wieder für euch auf meiner leidenschaft auf dem lausitz ring und mache hier heute ein schönes video wie ich mit meinem kfz gegen die wand donner und ja ich wollte euch einfach mal mitnehmen heute sind wir mit einem wunderschönen kfz diesen jota jahres und ich freue mich wirklich dass ich mit euch heute hier machen kann ich habe keine ahnung was ich da tue ich habe keine ahnung wie man trifft hat aber es wird bestimmt wieder richtig lustig wartet auf ein schönes video und jetzt würde ich sagen genießen wir einfach noch mal die umgebung und da kommt auch schon mal ein besser feind herzlich willkommen ich wünsche euch viel spaß mit mich und dann habt ihr schon meinen neuen unbezahlten mitarbeiter kennengelernt und ich weiß nicht was er gesagt hat wie viel ich war gerade auf dem klo wir fahren heute ein toyota jahres auf dem funtracks.de drift event es ist ein nassdrift event wenn wir gucken wir haben 265 räder rundherum drauf einiges los mit autos hier wieder und wenn man schaut auf die strecke da geht es auch schon wir sind eigentlich schon dran aber wir sind einfach viel zu langsam noch was gegessen und so weiter so was passiert auch und uns hoffentlich auch ich mache jetzt mein auto fertig alles räume alles raus machen wir ready und dann in einer halben stunde ist unsere gruppe erneut dran und dann testen wir mal aus wie viele autos wir treffen können so ein bisschen warm fahren aber es riecht mir schön irgendwie hoja ja 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 und wir rutschen raus Junge, ich muss dich hier so in den Griff reinheizen, Mann. Ich sag's dir, da ist nachher mein Handabdruck drin. ABS. Putzifix. Besser. Ich kann nicht bremsen dann. Bye-bye. Ja, da sind wir geschehen. Oh my God. Geile Scheiße. Ich glaube, wir müssen die anderen Reifen probieren. Okay. Oh, gleich mal Fenster auf hier. Alter, erste Runde. Ja, die erste Runde ist Wurm, der erste Stint. Junge, es ist eine Belastung aufs Auto. Ich fahre hier die Kurve mit den 2,65er Reifen. Wirklich, ich stehe voll im Gas. Bei 5,5, 6,000 Umdrehungen hält sich die Leistung, kämpft gegen die Reifen. Das ist Wahnsinn. Also, du kannst ihn einleiten mit der Handbremse. Ich kann ihn einleiten mit dem Gas, aber ich habe dementsprechend eine Achseinstellung. Und ich kann halt tatsächlich auch einen Klatschkling einleiten. Da ist er geflogen. Und es funktioniert so viel besser, als ich dachte. Aber ich glaube, wir probieren nachher noch die 2,25er Räder aus auf jeden Fall. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Und dann sind wir vielleicht nicht ganz so schnell und holen nicht so schnell auf die anderen Leute auf. Und wir haben keine Zentrierung drin. Ich glaube, so nicht, dass es ein bisschen schlägt dann die ganze Zeit. Schlägt? Da ist die Zertrehrung bei den anderen Felgen vorhanden, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie man da reinpasst. Da habe ich vergessen auszuwehen. Da habe ich schon zwei Laufklappen durch so schnell. Scheiße, Polen ist da. Warte, ist nur ein Mal, ey, oder? Das gibt wieder Hate-Kommentare, sage ich dir. Wenn erst die Schulter knackst, dann knackst du nicht so gut. Ich finde es toll, wie du den Warnheber noch einmal ansetzen musst. Ich hoffe, ihr potzt jetzt richtig hin, ne? Ey, würdest du mich mal mitnehmen? Komm mal hin. Okay. Wenn ich Jahres fahren darf, dann mache ich alles. Alles? Fakt, wenn man mal die Kamera läuft. Aber ein paar Trips waren sehr geil. Es klappt nicht ganz nicht produzierbar, aber es ist auch sauschwer mit dem Auto, ne? Es ist produzierbar für jede Runde zu machen. Wie leitest du hauptsächlich das ein? Alles, wie es mit das läuft. Also Handbremse, wenn es ganz eben wird. Anfangen im Vorfeld mit Klatschkrieg oder halt nur aus dem Glas. Wenn ich hier nur einen Schwung dabei habe, dann kann ich das einfach mit dem Glaskrieg einlängen. Untersteuer? Ist das ein Täter? Ja, schon ein bisschen. Das Kasse ist, du lenkst halt gegen und denkst, okay, jetzt rettest du lieber aus dem Glas und drehst dich voll ab. Dann ins Glas rein. Aufbleiben, Lenkung wieder. Oder machst du freundlich Glas, die sich ab. Das ist halt, das ist göttlich, ne? Also mit dem BMW dann? Ja. Ja? Es kommt jetzt alles ins Video. Es kommt alles ins Video. Du musst aufpassen, was ich sage. Ja, alles Beweismaterial. Veranstalt, man. Ich bin schnell weg mit, wo auch wieder weitergeführt wird. Jetzt gibt es was zu essen. Und jetzt haben wir die anderen Räder drauf, die 225er. Und in einer halben Stunde geht es im nächsten Stint, also. Puhânt, man. Puhânt, man. Puhânt. Untertitelung. BR 2018 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 ansonsten ja ich bin hellauf begeistert macht so spaß mit dem auto zu driften hätte ich nicht gedacht ich dachte ich habe am heckantrieb tatsächlich mehr spaß im driften aber im jahr ist es auch ganz viel spaß gerade mit diesen winkeln wahnsinn also der tag ist gelaufen aber hat mega spaß gemacht fährst der winkel von 90 grad und mehr das ist ja wahnsinn also unvorstellbar war richtig 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 fand ansonsten hoffe es hat euch spaß gemacht das ist ein abo da video kommentieren und liken und glocke nicht vergessen die glocke ist aus und damit immer wieder sagen bis zum nächsten mal